Dazwischen, Aaron. Ja, das hast du jetzt gerade getan und ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wie ihr gehört habt, die drei Flüchtenden ist der lieber Aaron Spielebibliothek, Rebano LP und Sergeant Möller. Moinsens. Mein Herz schlägt. Let it schlong. Es schlägt immer wieder. Er hat einen Fallen, Mann. Hey. Fallen, Frau. Sag mal, verraten die Raben eigentlich, wo einer ist. Also wenn du jetzt... Ja, wenn du wegläufst, fliegen die und dann hört man dich. Genau, da kann ich die ganz leicht erkennen auf dem Bildschirm. Ganz leicht. Krass, gleich zweimal verkackt. Ich glaube, es hält besser. Ich hab was gesehen, pass auf. Ich versuch's. Übung macht den Kleister. Nein. Kleister, Lio. Nein, nein. Onkel, 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 Lino. Ja. Onkel, Lino. Okay. Ich hab den Onkel gesehen. Er ist lang spaziert. Ich hab den Mond gesehen, der sich gelöst hat. Boah, überall tingelt und tangelt und macht und pufft. Ja. 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 Also ich hab den schon richtig gut reagieren können. Dreckiger Sack Guten Tag Na? Nein Lauft Oder macht die Generatoren weiter Ja, er ist bei mir Okay Magst du ihn retten? Nein, nein Ja Schlack er mit der Arme Also kriegst du vielleicht einen Elfmeter Die Hände hoch zum Himmel und lasst uns fröhlich sein Er geht Richtung Keller Ja, ist gleich wieder hier bei diesem Haus Er geht die Treppe hoch beim Haus Ja, er hat dich Alter, nein Ach komm Da war doch nicht Er ist in der Falle reingelaufen Ne, ich hab ihn aufgelogen In der eigenen Falle What the fuck What the fuck Nein, komm 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 Come here Nein Hau ab, Alter Hier, schenke ich dir Ein Döner leuchtet Ja Kein Greister, Alter Hau doch ab Alter, ich hab nichts Ich hab nichts zu gewinnen Ich hab grad versucht ihn abzulenken Ja Hat er dich aufgehangen? Ja Na, ist mein armen Blick gut? Hey Hallo Geh doch mal weg Ja, hier bin ich Komm her Guck mal nach rechts, Onkel Da bin ich Na, komm Bukut, Bukut, Bukt, Bukt, Bukt Bukut, Bukt, 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 Bukt Äh Zeh doch mal deine Maske aus Es ist vorbei Du kannst die Maske ausziehen Oh mein Gott Es kommt Ja, komm schon Ja Ret ihn, rettet ihn Er ist hinter mir Ah Los Er ist umgedreht Er ist wieder zurück Ja, yeah, yeah Er ist zurück Hau doch mal ab, Alter und er singt ein lieb all weißt du wie er es wehtun ey er kommt er kommt er ist hinter mir komm ich befreie ihn befreien ach scheiße er hat sich aufgelöst er hat sich aufgelöst er war ihm löst wenigstens wenn ich von sein Gesicht erlöst ja so ne hässliche Maske kann auch entzücken ja da waren es nur zwei oder anderthalb ich hoffe du findest ein Heilpaket mach nur langsam weil jetzt ist ja deine Fußspur ich hab ein bisschen Angst deswegen bin ich jetzt gelaufen hätte ja wenn da so ein verrückter hinter dir rennt mhm hehehehe hey Und er hat auch irgendwas. Warum hat der mich getroffen? Wie hast denn das gemacht? Ja, springt rüber. Entschüss. Ja, ich bin Megaman. Ich fliege durch die Lücken. Ich glaube ich bin in eine Falle gerannt. Kann ich glaube. Ja. Tut ganz schön weh sowas. Ah, er hat das. Space, 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 Space. Space? Achso. Ja, ich hab verstanden. Wenn immer diese blauen Dinger da sind. Ja, hab ich es zu spät gesehen. Ja, erinnere mich. Ich glaube der muss ja auch mal weg sein. Ja, er ist immer noch hinter mir herrennen. Ich höre immer noch. Ja. Getudel. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Er ist immer noch bei dir jetzt. Ja, das ist in Ordnung. Dann kann der Stars in Ruhe basteln, wenn er da hinter mir herrennt. Ich hoffe, dass er mittlerweile schon eine Wand gebastelt hat. Ja. Don't want it, shit. Was ganz Neues. Tja, aber ich werde doch nicht so oft verkacken würden. Mein Herz, ey. Ich bin gerannt wie ein Irrer. Gerannt wie ein Fußballer. Bei dir kommt das aber eher so vor, als ist das bei dir überhaupt nichts, als berührt das dich überhaupt nicht. Dir jemand hinter dir herrennt. Hm. Doch, ich hab voll Angst gehabt. Aber, ich hab mir gedacht, wenn du mich jagst, an der andere, ne. Überlebt. Ja. Der andere im Himmel schaut zu. Hallo. Hallo. Wie ist es da oben? Ja, sehr schön. Man kann die Welt beobachten. Nice. Die Welt. Kannst du mir sagen, wo der ist? Äh, ne leider nicht. Das ist schlecht. Na, das war ein bisschen zu einfach, oder? Ja. Aber wenn man schon im Himmel ist, ne. Hm, ich wollte nur sagen, das wäre der Licht. Au ab. Okay. Wenn du das sagst. Du musst zigzags immer meistens gehen. Zigzack. Boah. Ah, ich hab's nicht geschafft. Ah, endlich hab ich dich, du Drecksack. Na, ich hoffe du kommst weg. Lauf und rette dich. Ja. 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 Ah, hat er das. Hm. Hat er gut gemacht. Ich hänge. Und das machen wir. Puh. Und? Da flieh doch die Glendertrickser. Lässt den Rivan aber immer verrecken. Tch. Ja. Okay. Ja, ich hab weggedrückt, weil ich kann das ja eh nicht unendlich halten. Ah, sehr geil. Ich hab verloren, aber es macht nichts. Aber Sargen durften gehen. Von uns. Er ist auch der Sargen, ne. Ja. So, jetzt ist wieder der Aaron, der Herr Bösewicht. Ja, geil. Ja, okay. Eigentlich hat man gesagt, dass der Killer der Ansage macht. Aber okay. Ja. Herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Und der Killer ist Aaron und Rivano und Sargent und ich fliehen. Hallo. Hallo. Wer ist der Killer? Ich hab wieder Kekse gebacken. Kommt das wieder. Kekse? Hallo. Hallo. Bitte antworten. Auch über WhatsApp. Hehehe. Hallo. Schla, bist du. Wie bist du? Ich bin der Killer. Hallo. Wie ist das so ein Kinderten? Da ist der Kackengelänge. Da ist er einfach vorbei gerannt. Was? Da ist er Kackengelänge. Da ist er einfach vorbei gerannt. Da ist er einfach vorbei gerannt. Pst, lass du ruhig. Aber ich kann schon mal sagen, er hat einen Geist. Ja, hat er. Sind schon die Glocken gegangen eigentlich? Nein. Hey, ich hab ihn gesehen. Ach, das ist doch nicht im Ernst. Lass mal die Glocken läuten. Lalalala. Die Glockenläuten. Also immer da, wenn der Generator hochgeht, da wirst du ganz genau, dass der Möller. Ja, das ist der Leertastenspezialist. Aber ich glaub der Rivano, der macht immer auch keine Generatoren. Oh, du läst die bloß noch nicht. Oh, ich mach die auch an. Mach dir mal keine Sorgen. Ich hab's noch nie an dem Generator gesehen. Warum nicht? Ja, weiß ich schon nicht. Also ich hab vorhin im Spiel zwei Stück angemacht. Oh, echt? Hm? Dann hast du mich ja gekillt. Da. Das ist schon wieder nicht. Da sind die Docken. Damit hab ich meine Mutter kennengelernt. Och. Das Problem ist mit der Stimme auf, äh, versteht man dich null. Dann versuch ich das lauter. Ich glaub einfach. Ich glaub einfach, du brauchst irgendwas. Was? Vielleicht mal ein bisschen Kreide, äh, essen. Das hilft. Mhm. Oder mit den Fingernägel über die Tafel. Oder mit dem Zahnbau. Hilft auch. Hat das mit seiner Stimme zu tun? Nicht wohl. Der hört sich genau so an. Fuck, ich bin ihn genau in die Arme gelaufen. Braucht er mit. Kaum mehr. Komm her. Ja. Onkel. Mann, warum lässt er sich denn wieder umkriegen? Gibt's doch nicht, hä? Der läuft auch noch im Kreis und dich verliert. Ja, der Onkel ist Zahnfaktor. Der hüpft dort die ganze Zeit dabei. Okay, hör mal. Wo das Lied spielt, da musst du hinkommen. Wo das Lied ist. Bin ich. Das ist ein interessantes Spiel. Puh. Naja, bin ich so verletzt. Was kann ich jetzt eigentlich mit der Taschenlampe machen? Einfach prügeln. Den ins Gesicht leuchten. Und dann ist er geblendet. Ja, dann dreh ich mich um und geh mit Moonwolf weiter. Ja, du bleibst ja dann kurz stehen, denk ich mal. Den Moonwolf. Ach Gott. Ach Leute, zack los irgendwann mal. Soll ich mich nicht so schüchtern? Ach Leute. Seid nicht so schüchtern. Dumm, 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 dumm. Ja, doch doch mal was. Hallo. Weil er ist von Zerritory. Von Zerritory. Ach Mensch Leute. So, ich mache jetzt erstmal Ringelpiez. Sind nur dafür aus Feigen. Mütze, glatze, mütze, glatze. Hehehe. Glatze, mütze, glatze, glatze. Ach komm Leute. Wir kommen. Ja, ich mache es mir echt gemütlich im Pass. Ist ganz gemütlich ab und zu mal. Du Warni, erzähl doch mal, wo bist du denn? Ja, also ich habe hier, ne. Ich bin hier aus der Karte. Und dann laufe ich hier rüber. Und äh. Da ist so ein Geist, ja. Der versucht mich zu kriegen. Aber. Ich habe mir gedacht. Nö. Ja, sie ist unsichtbar. Ja. Gut so. So. Der Predator ist unsichtbar. Ich kann unsichtbar. Predator. Leute. Ja. Mutti hat wieder Cookies gebacken. Nein, die schmecken aber nicht. Hast du den Midi? Hier, hier, hier. Kannst, kannst du ja mal ausprobieren. Ne, du kannst mich aber trotzdem heilen. Auch ohne Midi, ne. Mal so. Also, er ist nicht, er ist nicht unsichtbar. Das war sogar Suppi. Hallo? Bist du? Ja. Alter. Was? Ich hoffe, wenn... Die Scheiß wird gerade genauso du hast wie du. Oh, oh. Dieser Hauptplan, diesen Punkt. Den muss ich gleich... Was? Alter, wenn wir schon... Chinesisch verstehen wir noch nicht. Oh, wie geil, ey. Ich melde mich gerade. Ach, Leute. Leute. Mann, ich will ein Cocky. Ja, dann komm her. Ja, ich such dich ja schon. Ja, komm, bitte. Ja, wo ihr seid denn? Ja, wo ihr seid? Ja, wo ihr seid? Ja, komm, bitte. Mitte? Okay, komm, bitte. Welche Mitte? Warum hilft mir denn keiner? Ja, genau. Ich stehe da vor uns neben mir und gucke, wie ich mir ein... Leute. Der wollte, das war sein Trick. Der wollte uns anlocken, weißt du? Damit er uns alle frei auf einen Schlag... Was redest du denn da? Ich rede vom Mörder. Ja. Ja. Ich auch. Leute. Ja. Cookie? Ja. Cookie denn? Lecker und schmeckt. Ach man, ey. Warte, warte, stopp. Stopp. Bitte, bitte, hilf mir. Ich bin zu blöd, um Mörder zu sein. Na, alles gut, mein Freund, alles gut. Alles gut. It's a beautiful day. Okay, okay, okay. Geil, Onkel ist wieder hier. Ah. Oh, Müller, danke. Okay. Aha, da hinten bewegt sich einer. Nein, das ist mein Ziel. Ah. Boah. Ach Mensch. Heute hab doch keine Angst. Mein Gott, die sind alle hier schon an, das ist noch dabei. Hä? Was habt ihr gemacht, Alter? Den ihr Bild jetzt mit anfassen. Hä? Das gibt doch nicht. Doppeldrücken, das macht Spaß. Boah. Ey, ist auch schon an. Sind schon fünf Stück an? Nein, noch einmal fünf. Wenn ich mit der Taschenlampe, dann ist das nicht so gut. Du kannst die Taschenlampe in die Welt ballern, ne? Wie so ein Halbverweter. Sieht ihr mich da? Äh, keine Ahnung. Du wie aus? Kannst mal, ja, oben am Himmel laufen. Ja, mach ich. Siehst du was? Ähm. Ist das da hinten? Hast du den, hast du den Lasersch... Hattest du gerade eine Taschenlampe an? Ja, ich hab gerade den Flugzeug runtergewogen. Ja, dann bist du das vor mir. Ja, hu. Gibt's doch nicht. Oh nein, zwei. Ha, 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 ha. Ha, ha. Also, so wie du dich bewegt, bist du gewarnt. Nein. Du Sau, lass mich. Nein, ich will auch mal mal leben. Ach Gott. Hilfe, Deadman. Ey, der hat mir in meiner Ohse hochgehoben. Weißt du was sehr schön ist? Alter. Die hab ich extra nicht probiert. Hm. Leute, wie wärs, wenn ihr mir helft? Naja. Ah, okay. Will doch niemand. Das ist super nett von euch. So. Ausgang Nummer 1 ist gerade hier. Hm. Ich häng hier rum. Er ist weg. Leute, er ist weg. Echt? Er kommt wieder. Och Leute. Och Leute. Leute. Er kommt wieder, Achtung. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Danke. Halt doch mal die Fresse, Rivano. Da weißt du wo. Ey, du bist zu blöd. Ja, der kam doch schon wieder. Der kam doch schon wieder. Seh zu, seh zu, seh zu. Ach nö. Mö. Möli, Mann. Danke, Rivano. Danke. Danke, dass du, dein Onkel verraten hast. Ja. Komisch, der hat mich verraten. Ja. Ja. Der ist frei. Ohren Sargent. Ohren Sargent hast du. Ach, das Sargent. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre Onkel. Ne. Und? Gemütlich? Ja. Okay. Okay. Okay, Rivano ist wieder frei. So. Na? Warno? Na? Wieder Taktik mit Onkel? Und Sargent? Nein. 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 Nein, bloß nicht. Nein. 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 Nein, bloß nicht. Nein. Steh, du Ochse! Ach, Warno. Kannst nicht von mir fliegen. Doch. Kann nicht. Nein, jetzt hat er mich. Ja. Aber ihr dürft gehen, haut ab. Ich habe ihn abgelenkt. Ich hoffe, alle sind frei. Ja. So ein Tor hatte ich schon auf. Ja. Ja. Ich bin extra nochmal zurückgerannt und wollte euch befreien. Ja, wir hauen jetzt auch ab. Ihr könnt mich aber auch retten, wenn ihr Lust habt. Ich bin ganz in der Nähe. Warum, warum, warum bist du hier zurückgerannt? Ja, weil ich eigentlich ihn ablenken wollte. Hast du gesehen, dass ich ihn abgehören habe? Okay. Da war ich noch nicht. Dann ist er... Aha. Oh, oh. Ich muss schon eine Leertaste drücken. Wie ein Wahnsinn. Ne, ja. Da. Er hat sich unsichtbar gemacht. Ne, hat er nicht. Jetzt hat er sich unsichtbar gemacht. Jetzt kann er erstmal nicht schlagen. Oh, oh. Sieht schlecht aus, Leute. Ja. Ja. Schaden ey, bis du tot bist, dann gehen die raus. Ja. Von den zwei Schlängel dort. Also, warte ich bis du wenigstens stirbst. Ah, der bleibt direkt vor mir stehen. Komm, sucht. Ah, jetzt haut der mich ja noch ab. Ja. Das tut auch weh sowas. Tschüss. Ich bin tot, haut ab. Tschüss. Tschüss Onkel und Schade. Ich werde in den Himmel gehoben, aber danke für eure Tapferkeit. Alter Schwede. Ich bin im Himmel, auf Erden, lalalalalala. Aha. Spannend, spannend. Er hat mich gekillt. Er hat mich gekillt. Ach, Leute. Der Eingang ist auf Sia 3. Äh, wo seid ihr denn? Kommt. Lauf, 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 du. Eingang ist auf Sia 3. Äh, wo seid ihr denn? Doch nicht. Geht die Tür eigentlich von dem Eingang wieder zu? Nö. Nach der Zeit? Weil ich hab nämlich einen aufgemacht gehabt. Komplett. Oh, shit. Lauf, 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 lauf. Ja, rein. Rechts ist frei. Klar. Komm schon! Ja! Ich bin raus! Oh, Entschuldigung, ich könnte das... Lauf, komm her, komm her, komm her! Hier, mein Schlockenstuhl! Ja! Ja! So, was war das? Ey, ich renne auch wild. Da ist gleich hin, wenn die Mütte krass noch wegkommt. Scheinkleid. Oh, ich bin hinter seinem Rücken. Hast du gesehen, wie ich hinter seinem Rücken schnell rausgerannt bin? Alter! Oh, Mann! Alter! Oh, Mann, Mann, Mann! Traumhaft war das, Traumhaft! Oh, ich brauch jetzt eine kleine Frischnausbauhose. Ja. Oh, Mann! Holy moly!